Das, was mich wirklich interessiert, sind Lebensgeschichten. Und das ist das, was ich auch immer besonders spannend finde. Warum ist jeder Mensch so, wie er ist? Wir sind irgendwie dazwischen zwischen Jazz, zwischen was weltmusikalischen Einfluss, zwischen Klassik, zwischen der Kultur, dem Oksident, dem Orient. Also es ist nie das eine oder das andere. Es ist immer irgendwie alles oder keins von allem. Also eine neue Identität. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, es geht gar nicht um dieses Zuordnen zu vorhandenen Strukturen, sondern um neue Strukturen oder neue Ebenen. Und die sind halt immer dazwischen. Ich glaube, das war das Konzert in Beirut. Da kamen drei Frauen auf mich zu, die mir gesagt haben, dass ihnen die Musik Frieden gegeben hat. Und ich wusste das auch von einer, dass da einfach, ich meine, klar, durch die ganze Situation, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Und die sprechen halt kein Persisch. Und kommen zum Konzert, wo nur auf Persisch gesungen wird. Und dann gehen sie mit Frieden nach Hause. Das war für mich so, wow. Ich wusste nicht, dass das geht mit meiner Musik. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass das geht.